Hallo, werte Otimisten, hier ist wieder Malka von der Online Game Masters und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Infectionator. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, mit unserem Spielstand. Wieder die World Domination. Wir haben beim letzten Mal Asien und Australien für uns gewonnen. Haben, was war das nochmal? Ach, das hier ist Asien, ne? Okay, ja, gut, wir haben Asien für uns gewonnen. Oder, ja, auf unserer Seite Philipp. Ach, dann ist das... Ah, Australien, okay. Was ist das dann? Neuseeland, oder? Ne, das ist Australien. Äh, ich komme durcheinander. Ach, okay. Alles klar, Asien haben wir erobert. Australien, äh, und so weiter haben wir. Und wir waren hier stehen geblieben, genau. Stockholm. Ähm, wir haben auch Santas, oder Santas Gebiet für uns gewonnen. Der Nahe Osten haben wir erobert mit der Seuche. Und wir wollen jetzt die Seuche natürlich nach Europa bringen. Und zwar nach Frankreich, Paris. So, vier Leute müssen wir mit einer Falle ausschalten. Ähm, 1300 Gold, Coinlector. Oder was ich nochmal nachgeschaut habe. Ah, ich könnte Upgrades herstellen. Äh, Speed oder Infraction. Virus. Ich könnte auch die Attacke hochdonnern. Komm. Support, äh, kaufen. Kann das dabei auch, da reicht es nicht mehr, aber gut. Äh, so. Gut, Chasen hätten wir dann noch. Kann das nicht so. Gut, dann mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn ich mich nicht täusche, das sagen manche Burschu und so weiter. Wolltest du... Manger? Keine Ahnung. Chemler, Pintier. Omelette, Fromage. Haha, oh Mann. Okay, Virus. Hau rein. Ach, jetzt habe ich die Beine. So, und die Coinlector sammeln für uns, äh, das ganze Geld. Da müssen wir nicht dauernd rumklicken. Jawohl. Level abgeschlossen. Südamerika freigeschalten. Äh, okay. Objekt ist, was fehlt. Ja, Trap fehlt. Support. Ich brauche Fallen. Und... Hey. So, und... So. In der Nesterbombe kaufe ich mir mal... ...zwei Stück. Dann habe ich wieder reich nicht. So, Paris-Doc ist gleich Geschichte. Hoffe ich zumindest. Daaam. Daaam. Okay. Dann wollen wir mal... Und das. Und... Ja. Ganz amit mal die Folge von Geil, Jungs. Ach, das war's schon. Sie lagen auch nicht. Ich glaube, da muss ich endlich upgrade. So. Jawohl, zerstört. Hell yeah. So, Upgrades. Lebensspanne will ich eher weniger. Ich möchte wieder auf Geschwindigkeit, denke ich mal, gehen. Zusätzliches Virus brauche ich ja nicht. Das wäre auch nicht schlecht. Gut, was steht als nächstes auf der Speise-Liste? Barcelona. Alle in 35 Sekunden töten, also die 90 Leute, 15 Arme-Soldaten töten, 1,400 Gold sammeln und 15 Leute mit Support töten. Das ist doch Witz. So, dann wollen wir mal... Infektionieren. 1. Äh, nee. 3. 5. 7. Keine Ahnung. Perfekt. Achso, dann wollen wir mal den Virus verteilen. Oh, J.P. und Zombies. So, 400 Goldsammeln, haben wir auch geschafft. Also, wir sind schon deutlich über der Zeit. Aber wenigstens glaube ich schon mal einige auf Checklist. Und ja. 15 Armees oder dann haben wir ebenfalls ausgeschaltet. So, 2 Gen. Uns fehlt nur noch die Zeit, ne? Ja. Und das sind für 30 Sekunden. Ich möchte möglichst viel... Ach, das sind mir zu viele von denen. Und, ja. So. Und hier kommt hier hin. Und weg nochmal. Und chasen. So. Ah, das sieht schon besser aus. Huch, das war's schon. Gut. Barcelona erfolgreich infiziert. Äh, nein. Ich möchte euch nicht folgen. Use Grenades 20... Ach. Ja. Stimmt ja. Support. Hier fangen. Upgrade. Infektion. Komm. Geschwindigkeit und Geschwindigkeit. 45 und 44%. Uh. Meine Zombies werden tödlich. Wann werde ich doch in Attacke hochgehen? Nicht Pisa. Oh nein. Kill all in 35 seconds. Also für 30 Sekunden 105 ausschalten. Kill one Mario. Also einmal Mario ausschalten. 2000 Gold sammeln. Und 15 Leute mit Support umholzen. A city in Tuscany, Central Italy. On the right bank of the mouth of the River Arno. On the Tyrrhenian Sea. It is known worldwide for its Dining Tower. So. Was damit gemeint ist mit Mario töten. Da dürfen wir gleich noch sehen. Ich brauche eine perfekte Stelle für den Virus. Zombies los. Ja. Da. Mario. Ah. Ah. Und Luigi ist natürlich auch mit dabei. Mario haben wir umgeholzt mit nur noch Luigi. Haben wir jetzt ebenfalls umgeholzt. Boah. Ich muss jetzt so ein bisschen hochpushen. Auf Attacke und Bulletproof. Oh. Ich habe Geeksaur. Sehr schön. Und ich war sogar noch gut in der Zeit. Geeksaur. Ach scheiße. Upgrades. Ja. Okay. Ähm. Was fehlt mir hier noch? Ach die Supports. equations. WAREN Ach. 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 und hier noch ein anderes Teil Boah der mit seiner Feuerwehr So Mario ist noch ausgeschaltet aufgeschalten. Luigi glaube ich auch. Ich weiß es nicht. Continue. Ich muss erst mal Supports kaufen. Oh, 100 Tarn. Dankeschwester Outfit gekommen. Das wird ja immer besser. So, Osterbombe. Blablabla. Und so weiter. Ups. Okay. Und zack. Dann das Fuß jetzt mal hier hin. Und am besten hier hin. Die Falle. Plätze ich mal hier hin. Und wir haben unsere Supports. Jetzt müssen wir nur noch hier alles nüberschalten. Und geschafft. Die Stadt wurde komplett zerstört. So, und... Dankeschwester Outfit passt schon hier. Da wird der Vorbau verdeckt. Und statt hier. Hier, hier, hier und hier. So, Upgrade. Was will ich upgraden? Attacke? Nee. Nee. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Kann ich Zombies upgraden? Nein, kann ich nicht. Weil da... Schon viel zu voreilig ausgegeben hab. Das Geld. So. Als nächstes steht... Moenig an. Summon one chasen. Alle in 35 töten. Äh, Sekunden töten. Jetzt brauche ich Granaten. Nee, das darf doch alles mit Gas sein. 15 Leute mit Granaten ausschalten. Nee, 8 Leute mit Granaten ausschalten. München. Moenig. Oh, der war gut. Vier. Komm schon, ich brauche ein... Großer Haufen an normalen Menschen. Liebe ist für alle da. Mach's gut. Schöne deutsche Übersetzung. So. Wie bitte? Ja. So, und da wir auch wieder Granaten hier haben. Aha. 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 So, und dann wollte ich ein Zoller. Sie abschalten. Was ist gut? Ja, nichts passiert. Was ist gut? Was ist gut? Weiß ich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und so! Jetzt macht's ein Rackflash aus Rambo! Herr Führer, helf uns! Tötet die Zombies im Kreis! Das ist nicht so! Ja, das stimmt! So! Rambo wurde erledigt! Jetzt müssen nur noch die Zombies sich ein bisschen verteilen. Zum Chaos und Verderben und die Infektion verbreiten. Das dauert wieder ein bisschen zu lang. Ich krieg Geld zusammen. Das ist nicht so! Das ist nicht so! Das ist nicht so! 2. Ja, das glaube ich sofort. Upgrade. Nein, nein, nö. Zombies. Ähm, ich hörte, denke ich, meine Blut. Ja. Ich hörte, denke ich, meine Blut.